Heute haben wir einfach einen raumschwarzen Tag erwischt. Wir haben gewusst, wie Valencia spielen wird vom System her. Wir haben auch gewusst von der Spielanlage, wie sie spielen wollen. Wir haben auch gewusst, welche Spielzüge sie haben in ihrer Spielanlage aus dem System heraus. Also wir waren schon definitiv auf das vorbereitet. Aber ich glaube, dass wir einfach nicht betacht haben, dass wir Zweikampfstärke brauchen. Und dass das einfach das größte Minus oder das größte Manko war, in der ersten Halbzeit vor allem. Weil der Gegner war beweglich, der Gegner war technisch gut, wir haben keine taktischen Fals gemacht, wir haben die Läufe nicht aufgenommen. Wie gesagt, wenn wir Duelle bestritten haben, hat die alle samt der Gegner gewonnen. Und du kannst eingestellt sein, wie du willst, wenn du die Zweikämpfe nicht gewinnst oder nicht zumindest bestreitest und alles unternimmst, um diese zu gewinnen, dann kannst du gegen keinen Gegner gewinnen. Ich denke, wir sind brutal kalt erwischt worden in den ersten drei Minuten, dann neunte Minute 2-0. Ich denke, wenn man so ein Spiel dann innerhalb der zehn Minuten quasi zwei Gegentreffer erhält, dann ist es einfach wichtig, dass man das Spiel beruhigt, dass man es neutralisiert, dass man nicht kopflos anrennt, um den Gegner noch mehr Möglichkeiten zu geben, sondern man muss da einfach wieder ein Spiel finden. Und das geht nur, wenn man sich konzentriert, wenn man defensiv dann auch stabil ist. Und wir waren, denke ich, auch bei den Gegentoren nicht in Unterzahl, aber wir waren einfach im Kopf viel zu langsam. Zweikämpfer, Stärke war nicht da, wir haben nicht miteinander verteidigt. Ja, es sind sehr viele Dinge, die da zusammenfallen, damit so etwas passiert, wie es passiert ist. Und das tut mir für alle Leute, die vor dem Fernseher gesessen sind und auch für meine Mannschaft und für alle, die irgendwie mit Österreich hängen und mit Rapid. Wir haben uns das ganz anders vorgestellt und wir wollten auch viel besser spielen. Generell, was die erste Halbzeit betrifft, war ich sehr enttäuscht, wie wir die Duelle geführt haben, wie wir unseren Strafraum verteidigt haben, war das einfach zu wenig. Und die zweite Halbzeit hat uns als Charaktertest gedient. Den hat die Mannschaft zwar bestanden, schade, dass wir das eine oder andere Tor nicht erzielt haben. Aber alles in allem haben wir gesehen, es fehlt uns noch sehr viel zu so einer Mannschaft wie Valencia. Sie sind eindeutig besser als wir und wir haben da noch sehr viel zu lernen, sehr viel zu arbeiten. Wir haben ja alle gewusst, dass es extrem schwer wird, dass es eine Traumleistung an uns braucht. Und dass die ersten 15-20 Minuten entscheidend sind, das waren es auch. Wir haben einfach gewusst, wenn wir darüber kommen, dann haben wir auch Möglichkeiten uns Fußball zu spielen. Das sind wir leider nicht darüber gekommen und dadurch haben die auch extrem viel Luft gehabt und haben nach vorne gespielt und haben auch, muss man sagen, sehr effektiv die Tore gemacht. Für uns ist jetzt einfach der Punkt da, wo wir uns überlegen müssen, an Lösungen zu arbeiten für die nächsten Spiele, auch die nächsten Wochen. Sicherlich steckt sowas in den Kleider drin, aber das Wichtigste ist jetzt wirklich, den richtigen Schritt zu finden in die Zukunft. Und daran müssen wir jetzt arbeiten. Wir haben am Sonntag ein sehr wichtiges Spiel in Graz in der Meisterschaft und wir werden die Jungs schon wieder aufrichten. Wir haben eine schöne Reise gehabt durch Europa bis zum heutigen Tag. Aber wir werden uns jetzt auf die Meisterschaft konzentrieren, auf das nächste Spiel. Die Aufgabe ist schwer genug. Natürlich jetzt in unserer Situation kann es sein, dass es noch schwerer wird, aber wir werden die Mannschaft aufrichten und ich bin guter Dinge, dass wir es schaffen, wieder an die Leistungen anzuknüpfen, die wir im Stande sind zu bringen.